Oktober 2020 kulturbildend funktional. VAUDE ist Outdoor-Fans als eines der nachhaltigsten Unternehmen bekannt. Seit Antje von Dewitz vor etwa zehn Jahren die Geschäftsführung von ihrem Vater übernahm, hat sie das Unternehmen konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Dieses Engagement wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis. Dabei verfolgt das Unternehmen keine Parallelstrategien mit einerseits klassisch produzierten und andererseits ökologisch und fair gefertigten Kollektionen. Vielmehr setzt man sehr konsequent auf einen grünen Weg. Die Vision von Antje von Dewitz war es vor zehn Jahren zu einem absolut gläsernen Unternehmen zu werden, in dem man überall hinschauen kann und dabei stets nur Gutes sehen soll. An dieser Vision hält VAUDE bis heute fest. Dafür hat man viel getan. Lieferanten wurden zertifiziert, ein Teil der Produktion wurde zurück nach Deutschland verlagert und die Produktionsbedingungen in Asien sind transparent und fair. Man produziert klimaneutral am Heimatstandort Tettnang, setzt immer mehr auf recycelte Materialien und produziert bereits aus Altplastik oder Kaffeesatz Funktionsbegleitung. Gleichzeitig wurde für alle Mitarbeitenden Transparenz über die Gehälter hergestellt, Mitverantwortung ermöglicht, Hierarchien wurden abgebaut. Somit wurden auch im Innenverhältnis Strukturen geschaffen, die mögliche Widersprüche zur nach außen propagierten Kultur vermeiden. Und wann immer doch solche Widersprüche aufkommen, dann arbeitet man konsequent auf der strukturellen Ebene an deren Beseitigung.